Grüßt euch meine Lieben, mein Name ist Simon, ich bin euer spiritueller Aufklärer und heute ist Schwendtag, das heißt wir machen wieder ein etwas unterhaltsameres Video und heute sprechen wir darüber, warum ich ein Problem mit der evangelikalen Szene habe, also mit dieser christlich-evangelikalen Szene. Grundsätzlich ist dieses Weltbild eine Sekte und narzisstisch. Es ist einfach nur ein Bibelfanatikerverein, bestehend aus dogmatischen Fundamentalisten, das ist das grundsätzliche Problem, um das es hier geht. Diese Menschen sind deswegen narzisstisch, weil sie alle, die nicht zu ihrem Weltbild gehören, als zukünftige Höllenbewohner schubladisieren und das zeigt sich auch manchmal, wenn sie aggressiv werden und wenn sie einfach empathielos werden zum Beispiel. Darüber reden wir später noch genauer und es ist eine Sekte, das werde ich auch noch beweisen, dann geht es zu den einzelnen Punkten. Erstens die Argumentation, du glaubst was anderes als ich, also hast du Unrecht. Das habe ich so oft gesehen. Wenn ich mit diesen Leuten diskutiert habe, haben sie letzten Endes nichts anderes gesagt, außer das. Zum Beispiel hat, das war der dümmste Satz in meinem Leben, den ich jemals gehört habe, eine Christin sagte mal zu mir, nachdem ich zu ihr sagte, Fakten und Logik sind der Maßstab für die objektive Wahrheit und das ist mein letztes Wort. Das heißt, wenn deren Weltbild der Faktenlage und der Logik nicht standhält, dann war es das. Und dann sagt sie einfach, nein Gott hat recht und nicht du. Merkt ihr eigentlich, was da passiert? Die vergleichen einfach nur die Aussagen ihres Weltbildes, schubladisieren die Aussagen ihres Weltbildes als die Aussagen Gottes und wenn du irgendwas dagegen sagst, egal ob es Fakten sind oder nicht, spielt keine Rolle. Und egal wie logisch es auch sein mag, es stimmt einfach nicht, weil sie glauben das und dann ist es auch richtig, nur weil sie es glauben. Weil sie denken, das was sie glauben stammt von Gott und das war's. Und das ist einfach nur Fanatikermodus, das ist Fundamentalismus pur. Das ist an Unbewusstheit nichts zu überbieten und so eine Argumentation kann keiner ernst nehmen. Jeder einzelne, der so argumentiert, der kann sich sofort Sektenberatung anmelden. Das nächste ist, und das haben wir schon bei der Diskussion gesehen zwischen den Pantheisten und dem Josef Dragil. Nämlich, sie setzen immer ihr Weltbild voraus. Und spätestens dann, wenn sie solche Argumente bringen wie, ohne die Bibel habt ihr keine Grundlage für Rationalität. Ohne die Bibel könnt ihr nicht objektive Wahrheiten ableiten. Wenn jemand so argumentiert, dann gute Nacht. Dann weißt du Bescheid. Dann weißt du Bescheid. So lächerlich, weil sobald diese Voraussetzung, also die Bibel oder ihr Weltbild generell, der Logik, also objektive Maßstäben und den Fakten nicht standhält, dann kann ihr Weltbild oder ihre Bibel nicht die Voraussetzung sein, um überhaupt zu objektiven Wahrheiten zu kommen. Und deswegen sind alle anderen Ableitungen auch falsch. Wenn zum Beispiel angeblich das Wort Gottes ja so viel Kritik abbekommt und diese Kritik auch noch berechtigt ist, wie zum Beispiel Homophobie. Weil in der Bibel, da gibt es so einen Satz, wo es heißt, dass ein Mann, der sich zu einem anderen Mann legt, so als ob er sich zu einer Frau legen würde, des Todes ist und verflucht sein soll. Dann, obwohl es so ist, dass homosexuelle Menschen nichts dafür können, dann ist es absolut lächerlich und es gibt keinen Zusammenhang, warum das der Bibelgott nicht möchte. Was daran so schlimm sein soll, frage ich mich. Und jede Argumentation, um Homophobie zu untermauern von evangelikaler Seite, ist gescheitert. Schau dich dazu bei AtheismusTV das Video von dem Marvin an, also über den Marvin an. Oder solche Konzepte wie, dass jeder, der nicht Christ ist, in die Hölle kommt. Das ist totaler Blödsinn, allein schon wegen dem freien Willen-Paradoxon. Auf der einen Seite sagen, Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Und auf der anderen Seite, du hast genau zwei Möglichkeiten, entweder du unterwirfst dich diesem Konstrukt oder du kommst in die Hölle. Das ist absurd. Und so etwas soll ernsthaft als Voraussetzung für Logik bezeichnet werden. Das ist komplett lächerlich. Das Problem ist, dass der Grund dafür, warum das so ist, warum die das machen, der ist, weil sie in einer Sekte sind. Weil Sekten arbeiten alle mit genau dieser Gehirnwäsche. Sie behaupten einfach, dass ihr Weltbild die objektive Wahrheit sei und dass du alles andere mit diesem Weltbild abgleichen sollst, um beurteilen zu können, ob etwas wahr ist oder nicht wahr ist. Wodurch du selber automatisch Autosuggestionen machst, weil jedes Mal, wenn du das machst, suggerierst du dir selber, dass dein Weltbild die Wahrheit ist. Und das gibt dir dann auch noch das Gefühl von Sicherheit. Ja, cool, ich habe einen Kompass, toll, geil. Es ist einfach nur komplett absurd. Vor allen Dingen sind Sekten auch nicht daran interessiert, dass du wirklich nach echten objektiven Maßstäben schaust, weil sonst würde herauskommen, dass das eine Sekte ist. Das ist auch ein Grund, warum die Sekten mit dieser Gehirnwäsche arbeiten, damit du nicht auf die Idee kommst, dass es eine Sekte ist. Versteht ihr? Nächster Punkt. Sie machen ihren subjektiven Maßstab zum objektiven Maßstab für alle. Das hatten wir letzten Endes gerade schon, also da kann ich mich quasi nur wiederholen. Sie verwechseln einfach subjektiv mit objektiv. Das, was sie subjektiv glauben, tun sie so, als ob das objektiv wahr ist und was wir Aufklärer dagegen an Feststellungen machen, also was objektiv falsch und was objektiv wahr ist, das beurteilen sie einfach als unsere subjektive Meinung. Und auf welcher Basis? Es hält der Bibel nicht stand, wahrscheinlich. Applaus. Und es regt mich einfach so auf, dass diese Leute einfach nicht in der Lage sind, zu kapieren, was der Unterschied zwischen subjektiv und objektiv ist. Das raffen die einfach nicht. Nächster Punkt. Sie glauben alles dogmatisch, was in der Bibel steht. Sie schubladisieren die Bibel als das Wort Gottes, auf Basis von erfüllten Prophezeiungen oder auf Basis von Zeichen und Wundern. Demnach muss alles wahr sein, was in der Bibel steht. Das heißt also, sie wurden darauf programmiert, nach Ausreden zu suchen, warum sie blind alles glauben können, was in der Bibel steht. Und so haben die Bibeltexterfinder eine Möglichkeit gefunden, den Menschen jeden Blutzen zu erzählen. Wenn in der Bibel stehen würde, dass sie sich einen Mülleimer aufsetzen müssten, dann würden sie es auch tun. Weil Gott will das so. Das ist genau die gleiche absurde Logik wie mit der Homophobie. Es gibt christliche Evangelikalen, die sind nur deswegen homophob, weil in der Bibel Homophobie drin entsteht. Das hat auch der eine Christ gesagt, bei einem Schauplatz, was ich bereits gemacht habe, das Video. Eines meiner letzteren Schwendtag-Videos. Gerne anschauen. Das ist wirklich lustig. Und auch das mit der Hölle ist so ein Problem in diesem Zusammenhang. Weil die Argumentation ist immer die gleiche. Sie sagen, wenn in der Bibel steht, dass es eine Hölle gibt, dann gibt es auch eine Hölle. Und das ist genau die Falle, die hier gestellt worden ist. Man hat sich dazu gebracht, einfach alles zu glauben, was da drinnen steht. Jetzt glaubst du es. Toll. Das regt einfach total auf. Weil es sind nur leere Behauptungen, die der Faktenlage und der Logik nicht standhalten. Zum Beispiel gibt es Nahtoderfahrungen, die ganz klar zeigen, dass es nicht Christen gibt, die positive Nahtoderfahrungen hatten. Und dann müssen sich die Christen entscheiden. Entweder sie glauben an das, was objektiv wahr ist, was wirklich passiert. Oder sie glauben einfach weiter an diese leeren Behauptungen, die in sich nicht logisch sind. Und dann glauben sie einfach lieber an die Dogmen. Einfach nur, weil sie so programmiert worden sind, durch und durch, dass sie im Zweifelsfall lieber an das sogenannte, ach so heilige Wort Gottes glauben. Nächster Punkt. Die Ignoranz. Diese Ignoranz. Es ist völlig egal, was die Faktenlage sagt. Es ist völlig egal, was die Logik sagt. Sie sagen, in der Bibel steht was anderes, also stimmt die ganze Faktenlage nicht. Also stimmt die Logik auch nicht. Und dann schubladisieren sie das einfach mit, ja, das kommt alles nur von deinem Verstand. Dann hat mir mal irgendwo jemand erklärt. Oder Erkenntnistheorie, ja, das kannst du ja nicht wissen. Weil du hast ja keine Bibel. Also kann alles falsch sein, auch wenn die Wissenschaft etwas herausgefunden hätte, so nach dem Motto. Zum Beispiel, dass die Erde nicht in sechs Tagen entstanden ist, sondern in Milliarden Jahren. Und das ignorieren die Christen einfach. Du kannst ihnen die Wissenschaft liefern bis zum Abwinken, Logik liefern bis zum Abwinken. Und ihnen ganz klar zeigen, dass sie einfach Unrecht haben und sie ignorieren es einfach. Du stoßt auf taube Ohren und dann machen sie Projektion und behaupten dann einfach, dass du derjenige bist, der taub und dumm ist. Einfach nur, weil du nicht in die Bibel glaubst, das reicht ihnen auch schon. Während sie hingegen selber diejenigen sind, die taub und dumm sind, weil sie einfach nicht in der Lage sind, logische Zusammenhänge als wahr zu erkennen. Und weil sie einfach so tun, als ob sie das nicht hören würden, was logisch ist. Und es gibt zum Beispiel Christen, die treten aus diesem Wahnsinn aus und schämen sich im Nachhinein dafür, dass sie die ganze Zeit so ignorant gewesen sind. Fragen sich, wie sie nur so ignorant sein konnten, die ganze Zeit. Nächster Punkt. Sie sind komplett mit ihrem Weltbild identifiziert. Und das ist genau das, was mich als spirituellen Menschen sehr stark auf den Wecker geht. Weil der Kurt Tepperwein hat gesagt, die Menschen müssen endlich aufhören rum zu ichen. Das heißt, du bist mit deinem Ich identifiziert. Und was ist das Ich? Der Christ sagt, ich bin Christ. So. Das heißt, sie sind mit ihrem Christsein identifiziert. Das heißt, wenn du ihr Weltbild angreifst, dann greifst du ihre Identität an. Und dann werden sie aggressiv, weil diese Menschen sind doch komplett im Ego-Bewusstsein, was wir auch noch sehen werden. Dieses Ego baut seine ganze Identität, sein ganzes Konstrukt auf das Christsein auf. Und wenn du jetzt ihnen das Christsein wegnimmst, weil du beweist, dass ihr Weltbild falsch ist, greifen diese Abwehrprogramme des Egos. Die gehen dann los und versuchen alles, um ihre Identität des Christseins aufrechtzuerhalten, indem sie ihr Weltbild verteidigen. Das heißt, sobald du deine Identität verlierst, hast du nichts mehr, bist du nichts mehr. Und vor diesem Nichts haben die Christen einfach Angst, wodurch sie einfach komplett, Entschuldigung, sich zum Affen machen mit ihrer Argumentation. Weil sie wirklich einfach nur mit Mann und Mord das Weltbild verteidigen wollen, was ihre einzige Absicht ist. Weil die Absicht dahinter ist, ist ja, ihre Identität zu verteidigen. Und das ist einfach genau das, was eine der größten Gefahren ist in der Menschheitsgeschichte überhaupt, die Identifikation mit dem Ich. Sobald du deine Identität abhängig von irgendetwas anderem machst, dann hast du sofort verloren. Wir zum Beispiel aus der spirituellen Szene und wir Pantheisten sind mit nichts identifiziert, denn wir sind formloses Bewusstsein, wodurch wir uns in unserer Identität nicht angegriffen fühlen. Und selbst wenn ein Christ zu mir sagt, als Esoteriker bist du komplett verloren oder als Pantheist bist du komplett dumm und so weiter, dann weiß ich, dass diese Weltbilder nur Worte sind in diesem Zusammenhang, aber nicht mehr die Identität, weil diese Worte sind ja nur Namen für die Weltbilder, die wir haben. Du kannst aber nicht mein wahres Wesen angreifen, nämlich Bewusstsein. Ja, was willst du gegen Bewusstsein bitte argumentieren? Geht gar nicht. Gegen Christsein kannst du argumentieren, weil der Christ glaubt das und das und das und das und das und das ist falsch, weil es die Wissenschaft längst bewiesen hat, weil die Logik das längst bewiesen hat. Deswegen kannst du deren Identität angreifen, während du unsere Identität nicht angreifen kannst. Wodurch es rational total sinnvoll ist, ebenfalls in dieses erwachte Bewusstsein zu kommen und ebenso falsch aufzuhören, mit irgendetwas zu identifizieren, weil dann bist du einfach komplett unangreifbar. Nächster Punkt. Diese Empathielosigkeit und die Abwertung Andersdenkender. Es ist mir eine Sache bewusst geworden. Als ich mit so einem seelenlosen Christen diskutiert habe, hat der mich dafür ausgelacht, dass ich in die Hölle komme. Echt jetzt. Das ist mir wirklich passiert. Ich habe das bis heute noch nicht verdaut, weil man muss sich wirklich mal die Frage stellen, wie man so empathielos sein kann. Und dann gibt es auch noch diese absurde Abwertung Andersdenkender. Der Lothar Gassmann hat gesagt, auch so ein Oberchrist, dass alle Nicht-Christen Satans Kinder sind. Das ist genau die gleiche Logik wie die Seientologen, weil die glauben nämlich daran, dass alle Nicht-Seientologen Weltraummüll sind. Das heißt, es ist das gleiche Niveau. Du kannst diese evangelikale christliche Szene mit Seientologen in einen Topf werfen. Macht gar keinen Unterschied. Es ist genau das gleiche Prinzip. Der Grund dafür, warum diese Empathielosigkeit zustande kommt, ist, weil die Empathie, die natürlich in dir Gott gegeben vorhanden ist, dem widerspricht, was du selber glaubst. Das heißt, du glaubst auf der einen Seite daran, dass es richtig ist, dass die Nicht-Christen in die Hölle gehen. Auf der anderen Seite will deine Empathie aber nicht, dass das passiert. Somit bekommst du einen Knoten in deinem Kopf. Was machst du also, um diesen Knoten zu lösen? Ganz einfach. Du schaltest deine Empathie ab. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn dann solche empathielosen Sprüche zustande kommen, wie, zum Beispiel, ja, du wirst es nach dem Tod dann eh sehen. Das ist Schadenfreude, nichts anderes. Oder auszulachen, dass jemand in die Hölle kommt. Für mich ist es seelenlos. Komplett. Und diese Abwertung Andersdenkender kommt so zustande, dass Sekten erstens alle mit Abwertung Andersdenkender arbeiten, um erstens zu verhindern, dass du austrittst, weil du wirst ja nicht zu denen gehören, die abgewertet sind. Und zum Zweiten wird auf diese Art und Weise künstlich dein Selbstwertgefühl nach oben gepusht, weil du ja im Vergleich zu den anderen so viel wert bist, weil die anderen sind ja kompletter Müll. Und es wird auch auf diese Art und Weise eine Ausrede gefunden, um die ewige Hölle zu rechtfertigen. Weil die Andersdenkenden sind ja eh nichts wert. Die haben es verdient, ewig zu brennen. Die sind nichts wert, weil sie ja schließlich keine Christen waren. Und was mich auch wirklich ankotzt, das ist dieses Dogma, das hat der Roger Leiby nämlich gesagt, dass jede Tat, die nicht im Namen Jesu geschieht, nichts wert ist. In der Wüste. Einfach nur, um dir das bewusst zu machen, wie absurd das ist. Es ist dir völlig egal, ob du ein Glas Wasser bekommst von einem Hindu oder von einem Moslem. Hauptsache, da ist dein Wasser und bei allen Fällen ist die Tat extrem viel wert. Du würdest niemals sagen, du bist kein Christ, dein Wasser, was du mir gibst, ist wertlos. Und aus welchem Grund der Bibelgott der Meinung ist, dass jede Tat, die gut ist, aber trotzdem nicht im Namen Jesu geschieht, nichts wert sein soll, das ist mir ein Rätsel. Stell dir mal vor, ich würde einem Christen das Leben retten, was dazu führt, dass er missionieren kann und somit Leute in den Himmel schickt. Vorausgesetzt, dass christliche Weltbild ist die Wahrheit, ist meine Tat, dem Christen das Leben zu retten, auf einmal für den Bibelgott auch nichts wert, oder was? Echt jetzt? Also ihr seht schon, wie absurd das eigentlich ist und das ist einfach nur eine Ausrede, die gefunden worden ist, um die Menschen dazu zu bringen, zu glauben, ja, gute Taten bringen dir keine Punkte ein. Weil die Bösen, die müssen sich ja etwas ausdenken, weil sie wissen ja ganz genau, dass es das Argument gibt, wie kann es sein, dass gute Menschen in die Hölle kommen, das geht doch gar nicht. Und dann wird einfach behauptet, dass diese einfach nichts wert wären, einfach so, in den Augen Gottes, dass ihre Taten nichts wert sind und so weiter. So, jetzt kommt das Schlimmste, was diese evangelikale Szene ausmacht, nämlich der Glaube an die Hölle und der Glaube daran, dass nur sie in den Himmel kommen und alle anderen in die Hölle gehen. Das heißt, alle gehen in die Hölle, nur sie nicht. Und der Glaube basiert auf Angst und auf Schwarz oder Weiß. Ich werde bald ein Video hochladen mit dem Titel, es gibt keine Hölle hier, die beweise, dann zerreiße ich dieses Dogma in der Luft und zwar gnadenlos und dann kann kein Christ der Welt und kein Moslem dieser Welt nach weiter anderem glauben, er sei denn, er ist ignorant und starkköpfig. Der Glaube an die Hölle ist so ziemlich das dümmste, was man nur glauben kann, das ist das irrationalste überhaupt und die größte Lüge der gesamten Menschheitsgeschichte, das ist nichts anderes als pure Angstmache und zwar auf die billigste Art und Weise. Es wird einfach so behauptet, dass es einen Ort gibt, wo du ewig brennen musst. Einfach, es wird die Angstmache so weit wie möglich nach oben geschraubt, wodurch man sich nicht zu allem erpressen kann. Auch dazu, dieses Leben zu verschwenden, was als Investition verkauft wird, weil dir ein Lebenssinn in den Kopf eingepresst wird mit dem Titel, der Sinn des Lebens ist es, nicht in die Hölle zu kommen. Das ist die billigste Lüge der Welt und die größte Lüge der Welt und die dümmste Lüge der Welt. Und sobald jemand behauptet, dass nur eine Gruppe von Menschen in den Himmel kommt und alle anderen kommen an den genau gegenteiligen Ort, weißt du sofort und du kannst darauf verlassen, dass es sich hierbei um eine Sekte handelt. Weil alle Sekten arbeiten erstens mit der Abhängigkeit von der Mitgliedschaft. Du musst das glauben, was wir glauben, sonst passiert mit dir das Schlimmstmögliche. Aber wenn du das glaubst, was wir glauben, dann bekommst du eine fette Belohnung. Und das Absurde daran ist, dass ich zum Beispiel mit einem Serienkiller gleichgesetzt werde, weil ich komme dasselbe Wort wie er. Während ein Serienkiller, der das Übergabegebet spricht, kurz vor seinem Tod in den Himmel kommt, weil das Übergabegebet heilsentscheidend ist, sagen die Christen. Sie sagen zwar nicht das Beispiel mit dem Serienkiller, aber genau das würde das bedeuten. Es ist einfach ein Glaube, der auf Angst basiert und damit nicht von Gott kommen kann, weil der Gott der Liebe hat es nicht nötig, den Menschen Angst zu machen. Ansonsten müsste man an seiner Kompetenz der Schöpfung zweifeln, dass er Wesenheiten erschaffen hat, die nur durch Angst zur Wahrheit bekehrt werden können. Aber auf der anderen Seite ist der Teufel der Erbärmliche, der es nötig hat, mithilfe der Angst seine Lügen in die Köpfe der Menschen reinzubekommen. Denn der Teufel weiß ganz genau, dass er nicht in der Wahrheit ist, also muss er es irgendwie schaffen, die Lügen ohne Logik und ohne Fakten in die Köpfe der Menschen reinzubekommen. Und das macht halt eben über die Angst. Nächster Punkt, und das ist auch so ein Punkt, der mich wahnsinnig macht. Absurde Argumente und irrationale Konzepte. Jedes Mal, wenn ich Argumente bringe, argumentieren die immer gleich. Zum Beispiel, ich sage, es ist objektiv ungerecht, das ist eine Feststellung. Es ist objektiv ungerecht, dass die Hölle existiert, weil es einfach unverhältnismäßig ist, dass ich ewig brennen muss, obwohl ich eine begrenzte Anzahl von Sünden begangen habe. So, und jetzt sagt der Christ einfach, weil er nichts dagegen sagen kann, weil er gegen Feststellungen gar nichts sagen kann, einfach folgendes. Du wagst es, dir ein Urteil über Gott zu erlauben. Das ist sowas von absurd, dieses Argument, weil er setzt erstens schon wieder voraus, dass dieser Gott existiert. Und zweitens, es ist einfach nur eine Ausrede. Und diese irrationalen Konzepte, wie zum Beispiel das mit dem Sündenopfer oder Adam und Eva oder die Arche Noah, dieser ganze Quatsch, das ist absolut irrational und komplett unlogisch. Ja, der allmächtige Gott hat als einzige Möglichkeit, um die Schuld dieser Welt zu begleichen, sich selber von seiner eigenen Schöpfung anspucken zu lassen und sich aufs Kreuz hängen zu lassen. Ja, sich selber zu erniedrigen, sich unter die ganze Menschheit zu stellen quasi, was blasphemisch ist eigentlich und so etwas zu glauben, anstatt dass er einfach mit dem Finger schnipsen, alle Sünden sind vergeben. Jetzt theoretisch hätte er machen können oder hätte er einfach andere Konzepte einführen können, wie die Reinkarnation und Karma zum Beispiel, was objektiv viel gerechter ist, weil durch das Karma kommt exakt das auf dich zurück, was du anderen getan hast. Dagegen kannst du nicht argumentieren. Während durch die Hölle eben nicht exakt das auf dich zurückkommt, was du anderen getan hast, weil ich habe allein schon niemanden angezündet jemals. Und die Christen merken einfach nicht, wie unlogisch das ist. Auch muss man sich auch die Frage stellen, wie es sein kann, dass dieser Bibelgott diesen ganzen Aufwand gemacht hat und das für was? Dafür, dass Milliarden Menschen immer noch in die Hölle gehen. Das heißt, dieser ganze Aufwand mit dem Kreuz, des Todes und so weiter hat am Ende nichts gebracht. Und dann auch noch diese Ausreden, von wegen Adam und Eva wussten von Anfang an, worauf sie sich da eingelassen haben, als sie vom Baum gegessen haben. Das ist sowas von absurd, weil das hieß ja, dass Adam und Eva bewusst in Kauf genommen haben, dass Milliarden Menschen in die Hölle gehen und das wofür? Nur damit sie einmal in die Frucht beißen können. Und das sollen die ersten beiden Menschen sein, die jemals existiert haben. Und diese Leute wollen mir ernsthaft erzählen, dass das logisch ist. In Wirklichkeit sind es einfach nur Ausreden, damit die Christen die Schuld von ihrem Gott auf Adam und Eva schieben können. Und der ist genauso schuld, nach wie vor, weil der weiß auch von Anfang an, dass Milliarden Menschen in die Hölle gehen werden, einfach nur, weil er den Baum in die Mitte des Gartens gestellt hat. Das heißt, er hat von Anfang an gewusst, dass das passiert, weil er alle Verkettungen von Ereignissen kennt. Und er stellt den Baum in die Mitte des Gartens und verursacht damit, dass alle Menschen in die Hölle gehen. Letzten Endes, weil er genau weiß, wie die Verkettung der Ereignisse ist, er kennt alle Zeitlinien. Wenn ich der Bibelgott gewesen wäre, hätte ich das nicht getan, weil ich nicht so dumm gewesen wäre, die Menschen in die Hölle gehen zu lassen. Diese behaupten, dass diese Arche nur existiert, das ist sowas von absurd. Die müssen extra nach Australien fahren, die Arche nur um zwei Kängurus einzusammeln. Dann müssen sie aufpassen, dass die Krokodile die Giraffen nicht auffressen, weil sonst stirbt die ganze Giraffenart aus und so weiter. Das ist sowas absurdes. Also Leute, das kann mir doch keiner erzählen, dass so etwas in irgendeinem Weise logisch wäre. Ich meine, ich bitte euch. Da sieht man einfach mal, wozu die Menschen in der Lage sind, zu glauben, einfach nur, weil sie zu große Angst darauf haben, was passiert, wenn sie es nicht glauben. Und da sieht man einfach mal, wie gut die Gehirnwäsche funktioniert. Auch solche Argumente wie, wenn du sagst, dass der Bibelgott Menschen in die Hölle schickt, das ist die gleiche Logik, wie wenn du nicht schuld daran wärst, dass du an Krebs stirbst, obwohl du selber nicht zum Arzt gegangen bist. Das ist sowas von komplett lächerlich. Das setzt erstens voraus, dass wir uns überhaupt in so einer Situation befinden, wo wir alle krank sind. Und zum Zweiten würde der Arzt uns heilen, auch wenn wir das nicht wollen. Und zum Dritten wissen wir alle, dass es Ärzte gibt und sind nicht von der Religion abhängig, um das zu wissen und glauben nicht an Ärzte, sondern wissen, dass es Ärzte gibt. Ich habe dieses Argument auseinandergenommen in meinem Video, warum der Bibelgott ein Erpresser ist. Gerne anschauen. Das sind alles nur Ausreden, um den Bibelgott zu verteidigen. Oder solche Sprüche wie, dass der Staat ja auch nicht schuld daran ist, dass du ins Gefängnis kommst, weil du bist ja der, der das Verbrechen begangen hat. Mit so einer Argumentation wird einfach der Nichtglaube an den Bibelgott gleichgesetzt mit Schwerverbrechen zum Beispiel. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie man nur so kognitiv dissonant sein kann und sagen kann, auf der einen Seite, du hast es verdient, in die Hölle zu kommen. Und auf der anderen Seite hast du es aber nicht verdient, ins Gefängnis zu kommen. Das ist absurd. Das ist kognitive Dissonanz. Und die Ursache für kognitive Dissonanz ist, ich sag's euch, es ist Gehirnwäsche. Weil Gehirnwäsche führt dazu, dass du nicht mehr in der Lage bist, deinen Verstand richtig zu benutzen und somit nicht mehr in der Lage bist, zu erkennen, dass das, was du glaubst, einfach nicht logisch ist. Und jetzt kommt der größte Wahnsinn überhaupt. Jetzt kommt das, was mich wirklich sowas von wahnsinnig macht. Und zwar die Tatsache, dass diese Christen Anti-Esoteriker sind. Diese christliche Szene ist ein Testballon der Reptiloiden, behaupte ich, um zu schauen, wie gut geistliche Pseudoaufklärung gegen uns funktioniert. Und sie funktioniert überhaupt nicht und ich sorge dafür, dass es noch viel weniger gut funktioniert, als es ohnehin schon nicht funktioniert. Ich hab mir so viele Ex-Esoteriker-Zeugnisse angeschaut und ich kann alle auseinandernehmen. Alle. Ich hab mir so viele Anti-Esoterik-Videos angeschaut und ich kann sie alle in der Luft zerreißen. Alle. Ich kann alles komplett auseinandernehmen, was diese Menschen über uns sagen. Jeder einzelne, der ein Ex-Esoteriker ist, war nie einer von uns. Das habe ich festgestellt. Weil jeder einzelne Ex-Esoteriker war im Ego-Bewusstsein und hat einfach geglaubt, er machte das ganze spirituelle Zeug nur als Belohnung dafür, den Aufstieg zu bekommen oder ins Paradies zu kommen oder sich seine egoistischen Wünsche über Manifestation zu erfüllen, was mit echter Spiritualität nichts zu tun hat. Weil wir sind die Liebe, die einfach nur die Liebe in die Welt bringt, ohne egoistische Hintergedanken. Und jetzt sind sie in der evangelikalen Szene und machen genau das gleiche weiter. Sie machen alles nur deswegen, um als Belohnung dafür im Paradies zu landen. Das gleiche soll sein wie vorher. Die haben nichts dazugelernt. Jeder Ex-Esoteriker hat sich mit schwarzmagischen Menschen eingelassen und hat somit dämonische Belastungen auf sich genommen, was dazu führt, dass negative Erfahrungen zustande gekommen sind, was dazu führt, dass der Ex-Esoteriker denkt, dass sein Weltbild schuld daran ist, dabei war er selber schuld, weil er einfach die falschen Entscheidungen getroffen hat. Und gleichzeitig geht er dann zum Christentum, dann waren alle dämonischen Belastungen auf einmal weg und die Reptiloiden, die lachen sich den Arsch ab, weil die ziehen einfach ab, nämlich genau dann, wenn sie ihn nicht mehr attackieren müssen, weil dann ist er auf einmal in einem Mind-Control-Programm drinnen, was weit weg von unserem Weltbild ist und dann sind diese Menschen auf einmal uninteressant. Und die Reptis lachen sie ins Fäustchen, dann könnt ihr Glück kaum fassen, dass der jetzige Christ und Ex-Esoteriker denkt, dass das der Beweis dafür ist, dass das Christentum die Wahrheit sei. Alles, was diese Anti-Esoterik-Videos behaupten über uns, ist falsch. Jeder einzelne Satz, jeder einzelne Satz ist falsch. Alles Lügen. Solche Sprüche wie, dass Reinkarnation keinen Lerneffekt hat, ist einfach nur eine reine Desinformation und jemand, der so etwas sagt, bei dem kann sie sich darauf verlassen, dass er sich zu 0% mit unserem Weltbild auskennt. Oder solche Sprüche wie, dass die Karma-Kette niemals aufhört, das hat sogar der Dorian Virtue gesagt. Soweit jemand so etwas behauptet, merkt man, dass dieser Mensch sich überhaupt nicht mit unserem Weltbild auskennt. Erstens ist die Reinkarnation deswegen da, weil wir eben lernen sollen, weil wir eben nicht in einem Leben fertig sind mit allem, sondern Inkarnation für die Reinkarnation wachsen und immer vollkommener werden. Und gleichzeitig endet die Karma-Kette dann, wenn du beispielsweise wieder Gutmachung machst, wenn du in der unteren Astralwelt dein Karma abbaust oder wenn du Bewusstseinserweiterung machst, wodurch das Karma obsolet wird zum Beispiel. Es ist einfach nur absurd, diese Lügen, die verbreitet werden über unser Weltbild und das ist der endgültige Beweis, dass unser Weltbild die objektive Wahrheit ist und dieses evangelikale Christentum eben nicht die Wahrheit ist. Weil, wenn die Christen es nötig haben, sich irgendwelche Lügen auszudenken, um uns künstlich angreifen zu müssen, weil ihnen nichts besseres einfällt, weil sie in keinster Weise irgendeine Substanz zu bieten haben, um uns angreifen zu können, dann ist das der Beweis, dass diese Menschen einfach nichts wissen und nichts zu liefern haben gegen uns. Während wir Feststellungen machen, um beweisen zu können, dass ihr Weltbild falsch ist und dann kommen sie wieder mit den Argumenten an, die ich bereits auseinandergenommen habe in diesem Video. Und dann glauben auch noch diese ganzen Leute das, was die Christen über uns behaupten und merken gar nicht, dass sie belogen worden sind. Und dann komme ich und kläre darüber auf und zeige, dass das einfach eine reine Desinformation ist. Oder solche Sprüche wie das, wenn man als Tier wiedergeboren wird. Ja, totaler Blödsinn. Oder, dass man nur dann in die fünfte Dimension kommt, wenn man die Erleuchtung erlangt hat. Oder, dass man die Welt sich gut meditieren kann. Oder, dass man nur dann in den Himmel kommt, wenn man erleuchtet ist. Oder, dass man zwischen den Inkarnationen nirgendwo hinkommt, sondern dass man sofort wiedergeboren wird. Das stimmt einfach alles gar nicht. Das ist alles so ein Schwachsinn. Das sind alles Desinformationen, alles Lügen, die die Christen über uns erzählen. Und diese Lügen, mit denen räume ich auf diesem Kanal auf. Und zwar gnadenlos. Und da haben die Christen sich den Hauch an der Chance gegen mich. Diese Leute, die sind einfach nur Versager. Wenn es um Aufklärung, Pseudo-Aufklärung gegen uns geht. Es ist einfach peinlich. Es ist einfach nur peinlich. Und was diese Menschen meinen, über uns zu wissen, dann stimmt das genaue Gegenteil davon. Diese Menschen sind so durch und durch manipuliert und durch und durch gefangen in ihrer Illusion. Und sie werden auch einen ganz lauten Knall brauchen, um aufzuwachen. Ich kann alles, was diese Menschen gegen unsere Szene behaupten, auseinandernehmen. Alles. In der Luft zerreißen kann ich. Ohne Probleme. Ein Kinderspiel. Es gibt für mich nichts Einfacheres auf diesem Planeten, als gegen diese Lügen aufzuklären, die diese Menschen gegen uns behaupten. Es ist das Allereinfachste, was es überhaupt gibt. Wenn diese Menschen Pseudo-Aufklärung gegen uns betreiben, dann ist es das Gleiche, wie wenn irgendwelche Leute gegen den Islam aufklären. Und jedes Mal ziehen sie extra den IS heran, um gegen den Islam aufzuklären. Dann fühlt sich der Moslem nicht angesprochen. Im Gegenteil, es wird sogar dar, dass die Menschen zum Islam konvertieren, weil eben in den Medien Lügen über den Islam verbreitet werden, bewusst um die Menschen zum Islam zu bringen. Damit die Muslime eine Ausrede haben, da schaut, die Medien verbreiten Lügen über uns, weil der Islam die Wahrheit ist. Versteht ihr? So wird gearbeitet. Und wisst ihr, was das Allerwitzigste ist? Was ist, wenn die Christen inkompetent sind in der sogenannten Aufklärung gegen uns, wodurch sie nicht mehr ernst zu nehmen sind, wodurch die Menschen vom Glauben abfallen? Mich kriegen die nicht auf ihre Seite, wenn sie einfach Lügen gegen unsere Weltbilder erzählen. Dann haben sie in ihrer Missionierung versagt und dafür würden sie dann auch gerichtet werden, wahrscheinlich. Fazit. Diese Sekte ist einfach nur ein Verein, der aus Gehirngewaschenen besteht. Das ist eine Feststellung. Dementsprechend brauchen wir diese Menschen auch nicht ernst zu nehmen. Die können so laut schreien, wie sie wollen. Und noch so intensiv glauben zu wissen, was sie wollen, ändert nichts daran, dass sie einfach sich irren. Dass sie einfach in keinster Weise in der Wahrheit sind. Und auch wenn sie solche Argumente bringen, wie die Bibel hat so vieles prophezeit oder Zeichen und Wunder, dann sind das keine Beweise dafür, dass es nach dem Tod so weitergeht, wie sie das behaupten. Oder dass die Auferstehung von Jesu eine historisch gesicherte Tatsache ist, das ist auch kein Beweis. Weil mit all diesen drei Dingen habe ich keine Probleme. Weil diese Dinge sich mit meinem Weltbild nicht ausschließen. Und das ist der Knackpunkt. Alles, was diese Menschen behaupten, ist einfach nur falsch und sonst gar nichts. Sie schubladisieren die Dinge falsch und sie ignorieren einfach alles und sie wollen einfach nur Recht haben, sonst gar nichts. Sie wollen nur Recht haben und sonst nichts. Sie bauen jetzt ihr ganzes Selbstwertgefühl auf ihr Weltbild auf. Sie sind von ihrem Weltbild komplett abhängig. Und diese Abhängigkeit führt dazu, dass sie einfach in einem Gefängnis eingesperrt sind. Und zwar komplett. Sie sind mental eingesperrt, sie sind psychisch eingesperrt, sie sind emotional eingesperrt. Und sie kommen dann nicht raus. Diese Menschen erreichst du nicht. Vielleicht erreiche ich ein paar davon. Menschen, die ein bisschen bewusster sind. Weil es gibt ja Leute, die vom Glauben abfallen. Die einfach erkannt haben, dass es eine Sekte ist. Die gibt es auch Videos dazu im Internet. Schaut euch das gerne an und hört auch deren Geschichte an. Diese Menschen sind einfach nur unbewusst. Ohne Ende. Ich habe schon so oft mit diesen Leuten diskutiert. Und jedes Mal habe ich festgestellt, die haben nicht die geringste Ahnung, wovon sie überhaupt reden. Die merken gar nicht, was sie da eigentlich sagen. Was für einen unbewussten Blödsinn sie behaupten. Deswegen Leute, diskutiert mit diesen Dogmatikern am besten gar nicht. Schickt ihnen einfach meine Videos. Ich kläre genug dagegen auf. Ich liefere diesen Menschen wirklich die Möglichkeit aufzuwachen. Und einfach zu erkennen, woran man wirklich Wahrheit erkennen kann. Wie zum Beispiel, wenn jetzt die Nahtoderfahrungen pantheistisch sind. Ja, dann ist der Pantheismus auch die Wahrheit. Das ist doch ganz klar. Weil das Modell vom Leben nach dem Tod, das wahr ist, zeigt ja an, was wirklich die Wahrheit ist. Über Gott und so weiter. Das ist doch ganz logisch. Und selbst wenn Leute nach dem Tod dem Jesus begegnen, dann beweist es nur, dass Jesus existiert. Beweist aber noch lange nicht, dass alle Nichtchristen in die Hölle gehen. Und so weiter. Also bitte, falls du jetzt dieses Video geschaut hast und einer von diesen Leuten bist, dann bitte ich dich darum. Ich weiß, dass du jetzt getriggert bist. Aber ich bitte dich darum. Schau dir einfach im Netflix-Modus meine Videos an. Nimm dir Popcorn dazu. Sieh es als Unterhaltungsprogramm an. So lange, bis du irgendwann realisierst. Hey, Moment mal, der Typ hat ja doch recht. Am Ende muss man sagen, diese Leute sind sehr, sehr unbewusste Menschen und man kann ihnen nur helfen, indem man ihnen bewusst macht, was ihnen nicht bewusst ist. Und das mache ich mit meiner Aufklärung. Und hoffentlich merken sie es dann auch. Sie müssen die Möglichkeit haben, zu reflektieren darüber, was sie glauben, um festzustellen, dass das, was sie glauben, einfach nicht wahr ist. Und sobald sie aus dem Wahnsinn ausgetreten sind, werden sie ihre Freiheit zurückerlangt haben. Das war's. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Liebe.